Ja, aber da würde ich kurz einhaken, weil das ist eigentlich genau die wichtigste Frage, glaube ich, die man stellen muss, wenn du jetzt gesagt hast, man ist quasi so Teamleader oder eben in einer Führungsposition, da würde ich nämlich konkret sagen, dass das einfach eine schlecht organisierte Kommunikationsstruktur ist, weil wenn es nämlich etwas ist, das wirklich, wirklich, wirklich dringend ist, dann muss man oder wäre es vermutlich einfacher für alle Beteiligten zu sagen, dann ruf mich bitte sofort an. Alles, was unter Stufe superrot ist, lass es weg. Also es gibt ja genauso Unternehmensstrukturen, wo es dann heißt, auch vom Leadership her, du bekommst das Vertrauen, die Sachen so zu lösen, wie du es für richtig hältst. Und wenn es dann, wenn es dann wirklich irgendwo mal ganz hängen sollte, dann kannst du schreiben oder anrufen. Aber ich finde, das ist so eine sehr spannende Geschichte, wo man einfach selber diese Kommunikationsstrukturen ein bisschen im Auge haben muss. Und ich finde das irgendwie verrückt, fast zu sagen, ja, aber dafür lebe ich, weil ich lebe ja nicht, in keiner Ebene lebe ich dafür, dass ich die ganze Zeit Notifications lesen muss. Also das ist keine, das hat nichts mit Leadership zu tun, dass du von A bis Z erreichbar bist. Das heißt nur, dass die Menschen nicht alleine arbeiten können. Ich finde den Sinn benutzen sie, denn da weiteres ist wichtig. Das heißt nur, dass du siehst, wenn es Tag nicht, ich denke, weil es im Auge hast Merci. Und weil du siehst, dass es von diesen Geimi, 높 sucking, und ganz dagegenzeniu hältst. Vielen Dank.